Die Finanzmärkte werden gerade heftig abverkauft. Wir sind beim S&P 500 auf dem niedrigsten Stand seit über drei Wochen. Bitcoin kann sich aber gut halten. Wir liegen bei 24.500 US-Dollar. Wir werden ganz genau auf die Gründe schauen, warum die traditionellen Märkte gerade unter Druck stehen, warum sich vielleicht Bitcoin gut halten kann. Da gibt es spannende Daten und Entwicklungen, vor allem was die ganze Thematik um Hongkong, um China angeht und vor allem die globale Liquidität, wo wieder Milliarden in den Markt reinfließen. Wir werden auch auf die Liquidierung, wo wieder Milliarden in den Markt reinfließen. Wir werden auch auf die Liquidierungszonen blicken. Da hatten wir wieder einen perfekten Hit. Da werden wir uns einmal die nächsten Zonen anschauen, ob Long- oder Short-Liquidierung als nächstes wieder drin sind. Falls euch dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne hier den Kanal. Dann verpasst ihr keine weiteren Updates mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir zunächst einmal mit der Korrelation zwischen Bitcoin und den traditionellen Märkten. Und wie ihr es hier schon sehen könnt, Bitcoin kann viel besser performen als die traditionellen Märkte seit Handelsstart heute um 15.30 Uhr. Gestern waren die Märkte ja noch offiziell geschlossen. Die Future-Märkte haben noch getradet, aber heute der offizielle Beginn in die Handelswoche. Und die traditionellen Märkte der S&P 500, denn der Stack 1-2% im Minus. Und Bitcoin kann sich hier seit Handelsstart in den USA im Vergleich gut halten. Nur Minus 0,5%, also gegenteiliges Spiel sogar hier seit 11.30 Uhr. Ortszeit sogar hier wieder einen kleinen Boden gebildet und wieder im Aufwärtstrend. Werden wir uns gleich aber nochmal im Detail im Chart anschauen. Vor dem Opening heute gab es auch noch wichtige Quartalsberichte von Walmart und auch von Home Depot. Einzelhandelsunternehmen, wo der Markt ja mit besonderem Fokus auch darauf geblickt hat, wie sehen die Zahlen aus und vor allem, wie sehen die Prognosen aus. Und die waren halt nicht so rosig, denn die Unternehmen sehen sich mit sinkenden Gewinnerwartungen konfrontiert. Zum einen, weil die Nachfrage wahrscheinlich sinken wird bei den Konsumenten, weil der Preisdruck einfach noch vorerscht und die Nachfrage von Gütern weg zu Dienstleistungen rüber geht. Und zum anderen auch einfach wegen bilanztechnischen Gründen, bei denen gilt das Prinzip Last in, First out. Also die neu gekauften Güter gehen auch als erstes raus und weil die Güter halt teuer waren, sinken halt die Gewinnerwartungen, weil die entsprechend halt weniger Marge drauf haben. Was in dem Zusammenhang dann natürlich wichtig ist, wieder zu betonen, habe ich euch in den letzten Videos immer wieder gesagt, auf die Inflationskomponenten zu blicken. Wie entwickeln sich vor allem die Preise bei den Dienstleistungen? Das war ja auch die Kernaussage von Jerome Powell, dass er Anzeichen einer Disinflation sieht, aber vor allem bei den Services, also bei den Dienstleistungen es eben nicht sieht. Und das könnte zu einem Problem werden und wir haben auch nicht flächendeckend eine Disinflation, die schwächt sich sowieso schon ab. Das haben wir schon auch an den Daten, die wir jetzt in den letzten ein, zwei Wochen gesehen haben und bekommen haben, ja schon merken können, dass da die Disinflation auch an Dynamik verliert. Aber auch beispielsweise im Automobilsektor, Gebrauchtwagenpreise steigen wieder seit Oktober 2021 der höchste Wert mit 4,1 Prozent. Und da besteht halt die Gefahr, dass wir weiter eine hohe Inflation sehen werden, dass wir da vielleicht sogar eine neue Dynamik bekommen werden. Und dass hier diese Erwartung des Marktes hier falsch ist, denn wir haben einen Peak in der Rezessionsangst im November gesehen. Und die fällt gerade. Ist es aber rational? Ist es gerade richtig, das, was der Markt gerade hier empfindet? Das ist halt die große Frage. Ist die Rezession ja nicht sogar vielleicht wahrscheinlicher geworden? Ist es wirklich unwahrscheinlicher als im November 2022? Das ist aktuell die große Frage, worauf halt viele Akteure ja ein Auge drauf werfen. Und auch das muss man sich hier vor Augen führen. Die Erwartungen für die nächsten Leitzinsentscheidungen. Wir sind inzwischen bei 26 Prozent angelangt, dass wir sogar noch vier weitere Leitzinsentscheidungen sehen werden. Anfang des Jahres ist der Markt von nur zwei insgesamt ausgegangen. Wir haben jetzt schon zwei bekommen und der Markt geht jetzt hier von noch vier weiteren aus. Also das ist schon heftig. Ob das dann wirklich so kommt, werden wir abwarten müssen. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist immer noch drei weitere Zinsentscheidungen. Aber die Marktteilnehmer preisen immer weiter eine straffere Geldpolitik ein. Und dazu wird es halt morgen auch interessant sein. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, am 1. Februar hat Jerome Powell in seiner PK gesagt, dass vor allem die FOMC Minutes Aufschluss darüber geben werden, wie es weitergehen könnte. Also das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, das werden wir morgen um 20 Uhr bekommen. Mal sehen, ob es dann wirklich spannende Informationen gibt und wie Jerome Powell es gesagt hat, ob man wirklich daraus ziehen kann, wie der weitere Weg der US-Notenbank dann noch aussieht. Denn das fragen sich natürlich jetzt gerade viele mit den Daten, die wir jetzt in den letzten Tagen bekommen haben. Wir haben im letzten Video auch schon kurz darüber gesprochen, wo kommt die Liquidität überhaupt her, wenn man sich mal die globale Liquidität der Zentralbanken anschaut. Wir hatten eine lange Durchstrecke jetzt in 2022, aber jetzt geht es nochmal wieder komplett durch die Decke. Es wird ordentlich Geld gedruckt und in die Märkte gepumpt. Nicht von der US-Notenbank, das seht ihr dunkelblau, sehr klein. Also da passiert jetzt nicht viel in erster Linie aus dem Osten, aus Japan und auch aus China. Die EZB ist auch schon wieder munter dabei, weiter Geld zu drucken. Und wir sehen es auch hier in diesem Chart sehr schön dargestellt, dass die Korrelation dann auch vorhanden ist, wenn mehr Geld in die Märkte gepumpt wird, wenn mehr Geld im Umlauf ist, dass die Märkte wieder steigen. Ob das wirklich schon der endgültige Boden war, das kann aktuell glaube ich keiner sagen, aber diese Korrelation finde ich sehr interessant. Wenn man nochmal an meine Prognose sich zurückerinnert aus dem Januar 2022, war das ja auch meine These, dass die Zinsen zwar erhöht werden, aber dass dann irgendwann die Zentralbanken kommen werden und sagen werden, okay, wir müssen wieder Geld in die Märkte pumpen und das passiert gerade. Ob es dann wirklich so nachhaltig ist, werden wir schauen, ob das auch seine Effekte auf die Inflation haben wird. Auch das werden wir abwarten müssen. Wir haben ja gesehen, was passiert ist hier 2020, 2021, wo in Rekordmengen Geld in die Märkte gespült worden ist, was dann mit der Inflation passiert ist. Das könnte dann auch nochmal zusätzlich zu einer Gefahr werden. Und eine zusätzliche Gefahr on top, die gerade wieder aufkocht, ist ja die geopolitische Krise. China schlägt sich so ein bisschen auf die Seite von Russland. Das wird vom Westen negativ aufgenommen und könnte dann natürlich entsprechend dann auch zu einer Eskalation führen. Ich glaube, wenn es wirklich zu dem kommt, was hier der Zelensky hier sagt, was dann passieren würde, dann ist, glaube ich, alles andere erstmal egal. Dann brauchen wir auch nicht mehr über Profite und über Kurse reden. Dann haben wir ganz andere Probleme, hoffen einfach, dass es nicht eskaliert. Aber auch dieses Thema darf man halt nicht vergessen. Kurze Hinweise dann noch zu der Börse, die ich selbst nutze und zwar BingX. Auch Top-Bewertung, beispielsweise hier auch von TradingView so bewertet. Die beste Börse in 2022 und auch in 2021. Hat mit die geringsten Gebühren, da könnt ihr auch auf CoinMarketCap gerne mal vergleichen, wirklich mit die geringsten Gebühren auf dem Markt. Ihr könnt hier Futures, Trade und Spot handeln. Auch Indizes sind hier mit dabei. Und die Aktion läuft halt auch noch weiter und wurde auch nochmal aufgestockt. Die bekommt ihr inzwischen jetzt direkt, ohne warten zu müssen. Einfach hier unten mit dem Link anmelden. Dann bekommt ihr 50 USDT. Damit könnt ihr mit bis zu einem 10er Hebel einen Trade eingehen. Und falls ihr dann Profite einfahrt, die könnt ihr euch dann auszahlen. Also ein 500 Dollar Trade ohne Einzahlung, ohne KYC. Wenn ihr das machen möchtet, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr natürlich auch wie immer mich. Ein Grund für die positive Entwicklung von Bitcoin und dem Kryptomarkt, während die traditionellen Märkte gerade sinken, könnte halt, wie schon im letzten Video erwähnt, China und Hongkong sein. Da gibt es immer mehr Berichte darüber, dass ja Hongkong zu einem Kryptohub werden soll. Und das sogar ja laut Bloomberg Peking das Ganze unterstützt. Natürlich ist Hongkong nicht gleich China. Aber oft ist es auch so, dass Hongkong als Vorreiter vorgeht und dann China nochmal nachzieht. Also wir hatten schon viele Verbote in China, viel Hin und Her. Es könnte auch wieder zu einem Hin und Her werden. Unterscheiden sich auch die Geister, was ist jetzt überhaupt gemeint, von diesen neuen Regulierungen. Aktuell sind nur zwei Börsen in Hongkong reguliert. Und da dürfen auch nur Leute handeln, die mindestens eine Million US-Dollar haben. Und jetzt sind halt die Berichte, dass halt auch Kleinanleger rein in den Markt könnten. Das würde natürlich nochmal ordentlich Geld in den Markt reinspülen. 1. Juni soll die Deadline sein. Ob es dann wirklich so kommt, werden wir ja weiter begleiten müssen. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Berichte hier von Financial Times, die sagen, es wird so kommen. Coindesk sagt, nein, das wird nicht so kommen. Deswegen werden wir einfach abwarten müssen. Aber auch das könnte natürlich eine Rolle spielen, dass einfach Hopium jetzt wieder im Markt ist. Einfach mal irgendwo Licht am Ende des Tunnels, wo man sich vielleicht denken könnte, okay, da kommt endlich mal wieder frisches Geld in den Markt. Und das wäre natürlich auch positiv ein Riesenmarkt, wenn wirklich dann China auch nochmal hinzukommt. Und was man halt hier auch bedenken muss, es geht vor allem ja um große Kryptowährungen. Wahrscheinlich erstmal nur um Bitcoin und Ethereum. Und die Regulierungen werden da sehr streng sein. Deswegen werden wir das einfach peu a peu abwarten müssen und auch begleiten müssen. Und dann werden wir wahrscheinlich immer wieder neue Informationen bekommen. Da haltet ihr euch natürlich wieder wie immer auf dem Laufenden. Kommen wir zum Abschluss zum Bitcoin-Preis. Wir haben nochmal die 25.200 angetestet, haben hier jetzt einen Double Top erstmal hingelegt. Ob wir das Ganze nochmal angreifen, wird auch in Abhängigkeit davon sein, was die traditionellen Märkte machen. Bei den traditionellen Märkten wird es halt wichtig sein, dass jetzt der S&P beispielsweise hier dieses Tief vielleicht halten kann. Ihr seht es auch hier schon dargestellt in Pink, dass hier immer tiefere Hochs gebildet wurden. Und wir ganz klar hier in einem Abwärtstrend sind. Das ist auf jeden Fall ganz klar zu sehen. Und währenddessen konnte hier Bitcoin höher werdende Tiefs hinlegen. Das ist erstmal positiv, also keine tieferen Tiefs jetzt hingelegt. Und der Trend ist erstmal noch weiter intakt. Nach oben hin ziemlich spannend. Double Top wie gesagt hingelegt und genau die Liquidierungszone, die wir hier oben hatten, haben wir abgearbeitet. Und was ihr hier schon sehen könnt, wir haben jetzt aktuell keine Short-Liquidierung mehr zu holen, sondern nur noch Long-Liquidierungen. Wenn die traditionellen Märkte aber mitmachen, das ist meine Hoffnung, wenn wir das Ganze nochmal hier angreifen, Das sehen wir hier auch beispielsweise bei Binance-Werten. Ja, starke Sell-Order, große Sell-Order genau in dieser Zone drin. Die wurden ausgelöst, da wurden Gewinne mitgenommen und jetzt aktuell sind da keine mehr drin. Also beim dritten Anlauf könnte es dann sein, dass wir dann wirklich drüber kommen, nochmal ein höheres Hoch hinlegen und dann vielleicht nochmal in so eine Price Discovery in Anführungszeichen reinlaufen und dann mit Dynamik wieder rüberkommen. Aber nicht zu vergessen, habe ich euch im letzten Video ja schon gezeigt, der Anstieg, vor allem auch dann in den kleineren Time-Frames immer wieder durch die Future-Märkte angetrieben. Deswegen halt auch die Gefahr, dass diese Long-Positionen liquidiert werden könnten. Generell im Markt muss man sagen, jetzt natürlich die ganzen China-Coins am Pumpen, wie NEO, wie die ganzen Exchange-Token, die aus China kommen. Weil man da jetzt die Hoffnung hat, dass die dann die Lizenzen bekommen, haben auch einige schon welche beantragt, aber auch das nicht hinterherlaufen. Da muss man einfach abwarten, wer dann wirklich am Ende als Sieger vom Platz geht sozusagen, weil wir haben auch, wenn wir einfach mal einen NEO nehmen, der einfach 30 Prozent an einem Tag macht. Das ist für mich eigentlich ein totes Projekt, wurde 2017, 2018 ohne Ende gehypt. Aber ob da wirklich fundamental jetzt noch irgendwas hinter steckt, das ist die große Frage. Es ist einfach gerade eine Narrative, die gepumpt wird und da ist es halt immer wieder gefährlich, da einfach hinterherzulaufen. Aber immer, wenn wir dann neue News aus diesem Bereich bekommen, werden wir da auch wieder Pump sehen. Also ziemlich spannend dann auch zu traden, aber seid da bitte vorsichtig auf jeden Fall. Das war auch schon das Video für heute. Vielen Dank für über 1.800 Likes auf dem Video bei 12.500 Aufrufen. Eine super Quote, das weiß ich echt zu schätzen. Falls ihr euch das hier Mehrwert geboten habt, dann lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Aber abonniert den Kanal und schreibt auch gerne einen Kommentar, damit die Bot-Kommentare vielleicht untergehen. Vielen Dank dafür und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.